Florian fragt Pete Smead Lieber Pommes oder Kroketten? Pommes! Und zwar Backofen Pommes. Wobei, ne. Ich nehme lieber die für die Fritteuse, also die, die kein Fett brauchen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Handfrage. Ich finde beides richtig geil. Aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich richtig geile Pommes. Das kommt in beiden Fällen drauf an. Ich würde sagen, Pommes oder Kroketten ist keine Pauschalaussage, die man treffen kann. Sondern die Frage ist halt, bei Pommes sind es richtig geile Kartoffelige oder eher so welche, die nach Industrie schmecken. Und das gleiche gilt dann auch in Relation für Kroketten. Gehe aber beide von Top-Quality-Sachen aus, dann gehe ich eher für Kroketten. Das kommt tatsächlich ganz auf das Essen an. Ja, so Pommes mit Gyros ist lecker. Pommes mit Kroketten. Gyros mit Kroketten jetzt nicht so, aber Kroketten würde ich beispielsweise voll geil finden zu Roastbeef oder sowas. Es kommt halt einfach komplett auf das Essen an, was halt dazu serviert wird. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, würde ich eher öfters Kroketten essen. Was ist mein Tipp? Kannst halt geiler mit so einer Soße tunken, in so eine Soße tunken. Leckerer Bratensauce. Hallo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017